Willkommen zu Frequent Traveller TV und auch wieder einer frisch gepressten Folge für euch. Themen, die wir heute für euch frisch gepresst haben und vorgestellt haben, nein, vorstellen werden, nämlich jetzt kommt die Themenübersicht. Ist Emirates Airlines glaubt nicht an die Auslieferung des Emirates 777-9er? Dann, wenn Boeing das verspricht 2025. Heißt das vielleicht für Lufthansa, die kriegen den dann auch nicht? Nur so eine Frage. Dann geht es weiter. Bei Lufthansa im Vorstand ist heiteres Stühlerücken. Genauso ist es auch heiteres Stühlerücken. Natürlich bei der Swiss, weil bei der Swiss ja auch damit Plätze frei werden. Da hat es ein A330 Kapitän geschafft auf eine wichtige Position, nämlich als COO, Chief Operating Officer. Wir haben dann British Airways. Die gehen auf einige Neuerungen ein. Und zwar, British Airways hat in die IT investiert. Und das ist ja auch dringend nötig. Und auch in Sitze, was auch dringend nötig ist. Dann haben wir Eurowings. Die finden gefallen am Nahen Osten. Die fliegen nicht nur nach Dubai, also mit der Unterbrechung im Sommer, sondern die fliegen auch noch nach Saudi-Arabien. Werden wir auch nochmal drauf eingehen. Und FAA findet bei Boeing Probleme bei der Qualitätssicherung. Gut, das haben wir ja alles schon gewusst. Jetzt seid ihr nämlich dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und Kanalmitgliedschaft zu machen. Und wir sind schon freudig erregt und freuen uns auf den Freitag, weil da gibt es den Stammtisch in Italien. Also, Kanalmitgliedschaft. Und wir haben das erste Thema und das ist Boeing. Boeing ist da etwas, soll ich jetzt sagen, unbedarft gewesen, was die Sicherheitskontrolle angeht. Denn man hat bei der Sicherheitskontrolle etwas wohl geschludert. Und da ist es so, dass man, ja, Probleme hat. Ganz, ganz feste Probleme. Und die festen Probleme, die man bei Boeing hat, hat die FAA auch festgestellt. Die FAA hat ja auch im ersten Schritt zum Beispiel gesagt, hey, ihr dürft eure Produktionstaktraten nicht erhöhen. Und deshalb hat Boeing jetzt angefangen, auch Spirit Airlines versucht zu kaufen, um da dann etwas mehr Griff zu bekommen. Aber interessanterweise gehörte die Bude ja viele, viele Jahrzehnte schon vorher Boeing. Also das heißt, man merkt halt wirklich, dass dieses Outsourcing nicht immer vom Vorteil ist. Und bei der Qualitätskontrolle gab es da halt wirklich ein Riesenproblem. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was da passiert. Interessanterweise hat trotzdem eine amerikanische Fluggesellschaft eine Order gegeben von 260 Flugzeugen. Und das ist American Airlines. Allerdings nicht alle bei Boeing, sondern auch bei Airbus. Aber die haben zumindest 85 737 Maxxer gekauft. Also ganz einfach wohl einen super Preis bekommen. Und auch eine sehr gute Lieferzeit. Also insofern ist das jetzt nicht etwas, was da ein Problem ist. Außerdem bestellte man 85 A321 Neos bei Airbus logischerweise. Und man hat dann auch eigene 90 Regionaljets vom Typ Embraer E475 bestellt. Da ist es ja immer so ein bisschen ruhig in meinen Augen bei Embraer. Wenn man mal hört, bei Boeing, Tag, bei Airbus, Tag und dann bei Embraer so ein paar. Aber also hier ist da ein bisschen dann endlich mal auch Bang in the Buck. Auf jeden Fall ist es so, dass man da jetzt die Qualitätssicherung wirklich bei Boeing an den Öhrchen nimmt. Also da wird nochmal ganz knallhart was gesagt. Ihr sagt, warum sagst du es nochmal? Ja, weil es gestern nochmal festgestellt worden ist, explizit von der NTSB, die da gesprochen hat. Und dann die FAA natürlich auch. Also das heißt, dass da in Amerika anscheinend betriebliche Regsamkeit ist. Wir haben dann ein Thema, was ja, ich hatte das irgendwie nicht erwähnt. Ich hatte es vergessen aufzuschreiben. Aber es ist eine freudige, freudige Thematik. Und zwar, es kommt ja öfters vor, so 100 Babys oder sowas sind in dem Rahmen der Luftfahrtgeschichte irgendwie in der Luft geboren. Ich weiß nicht, es gibt da ja wahrscheinlich keine Zahlen belastbar drüber. Aber hier ist es jetzt auch so, dass auf dem Flug eine Dame auf dem Flug der Wittjet, also Vietnam, ist das ja von Taipei nach Bangkok. Wittjet, ist das Vietnam? Ja, schreibt es unten rein, was es ist. Auch eine Möglichkeit für euch am Kanal zu beteiligen, nachdem ihr das Like gegeben habt, die Glocke angemacht habt. Auf jeden Fall bei Wittjet war es. Und da ist es dann so, dass einer der Piloten, und zwar der Kapitän, das Baby delivered hat, wie das so schön heißt. Und hier haben wir das freudige Bild. Warte, ich muss mal kurz gucken, dass wir das auch mal rüberkriegen. Er kann es, es ist aus Instagram. Und ich gebe euch das mal auf die Augen hier. Zack, da seht ihr, er grinst so, als ob er selber der Papa wäre. Aber das ist nur der Kapitän auf dem Flug gewesen, der das Baby gelivert hat. Und der Pilot hat geschrieben, er wird wohl sein Leben lang in der Lage sein, zu sagen, dass er in der Luft geboren ist. Und sie gaben dem Kind auch den Spitznamen Sky. Also insofern wissen wir alle, wie man heißt, wenn man in der Luft geboren wird. Man heißt dann einfach Sky. Deshalb, wir haben ja auch einen guten Schauspieler, deutschen Schauspieler, gibt es ja noch Sky du Mans? Könnt ihr auch unten kommentieren. Dann ist natürlich immer die Frage, ich weiß es jetzt nicht, wie das in Asien ist, aber es ist ja so, wenn man zum Beispiel über amerikanischen Luftraum geboren wird und der Kapitän, dass auch der ATC meldet mit Uhrzeit und mit Position, mit einem Schnicki-Schnacki, dann hat derjenige auch eine amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja, es ist selbst der Fall, wenn man geboren wird in einem amerikanischen Flugzeug über internationalen Gewässern und die Eltern wären staatenlos, dann wäre das auch der Fall, weil dann nämlich, da das Flugzeug in den USA registriert ist, damit die amerikanische Staatsbürgerschaft vergeben würde. Es gibt da also interessante Fälle, die sich man angucken kann und da ist es zum Beispiel so, auch gewesen bei Jetstar, da gab es auch ein Kind, was geboren wird. Also ihr seht, es sind nicht so ganz so Fälle, die einfach mal selten passieren. Und zwar ist das so, dass eine Frau, wie war das, Cebu gewesen ist und dieses Kind hat eine Million Meilen bekommen von Cebu Airlines, oder Cebu Pacific, das kann man natürlich auch als coolen Marketing bekunden. Und es gab auch mal eine Fluggesellschaft, die hat denen, glaube ich, bis zum 18. Lebensjahr unlimitierte Flüge gegeben und solche Sachen. Also da sind viele Sachen möglich, die man als Marketing machen kann und also auch nicht unbedingt so ein Thema, das unwahrscheinlich ist, dass es passiert. Aber ich weiß nicht, Hunde, also ich kann euch das nicht sagen, weil es passt. Also ich habe das so selten, deshalb will ich jetzt sagen, so in der Aviation so 100 Mal. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob die Dame hätte überhaupt fliegen dürfen, aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Die Babys haben ihren eigenen Kopf und die kommen dann, wenn sie kommen. Und solange man halt vom Arzt fit to fly ist, wobei ich weiß es gar nicht, es gibt eine Wochengrenze, da braucht man halt auch dieses Zertifikat, muss ich mal mit Freddy als Thema besprechen, ob er das alles weiß. Ja, können wir machen. So, wir haben dann als Themenauswahl weiter natürlich auch ein Thema bei der Swiss. Und zwar bei der Swiss ist es, dass dort da ein heites Stühlerücken ist und wem der Name Oliver Buchhofer was sagt, ist vielleicht auf einem seiner Flüge gewesen. Der hatte dann den Kapitän der A330 gehört und jetzt steigt er auf als Chief Operating Officer und erkennt halt den Betrieb auch wie seine Westentasche, weil er als Pilot natürlich alle Höhen und Tiefen der Swiss täglich im eigenen Bereich miterlebt. Also vielleicht ein sehr, sehr guter Touch, wenn man ein Chief Operating Officer ist und man weiß, wo es wehtut. Und das wissen die meistens, die Kapitäne, aber auch das Personal, was fliegt. Und damit vielleicht für uns Passagiere auch ein guter Move. Denn man muss ehrlicherweise einen Schirm finden, dass er mit seiner Expertise das nötige Gewicht geben wird. Und das Zitat stammt von Franz. Wie heißt er Dieter? Ich muss mal gucken, ist Dieter Franz gewesen? Ja, Dieter ist es. Er ist ja der CEO von Swiss, bis er zur Lufthansa geht. Also da wird dann auch nochmal Veränderungen geben. Und zwar gibt es da auch noch eine Veränderung. Da sind ja im Moment die Commerz-Chefin Heike Birlebach. Die bleibt, weil die ist ja auch gerade erst gekommen. Der Franz, der geht und da weiß man nicht, wer kommt. Und es geht der Markus Binkert, Finanzchef. Und da gibt es auch eine neue Position. Und zwar ist das die Position, die Dennis Weber bekommt. Der bekommt halt wirklich diese Position, weil er vorher nämlich bei der, wie heißt es, bei dem Boss auch diese Position ehrlicherweise ähnlich inne hatte wie bei der Lufthansa. Und zwar ist da der Bereich Merger, ne Quatsch, das war der Bereich Investor Relations. Und zuvor hatte er bei Hugo Boss im Modenunternehmen das als Position gemacht. Also ihr seht, heiteres Stühlerücken. Aber ich finde diese Position von dem Kollegen, der vorher übrigens auch bei der Tyrolean und bei Austrian war, vom Buchhofer relativ spannend, weil er halt wirklich auch ein Mann des täglichen Lebens ist. Weil ihr sagt ja auch immer, manchmal hat man es mit Leuten zu tun, bei Hansens oder bei Fluggesellschaften oder auch in, egal welcher Branche, die von ihrer Branche vielleicht keine Ahnung hatten. Und da könnte man jetzt gemeinsam, da können wir dann auch sagen, dass der Kollege zum Beispiel von Finder Turka, ich weiß gar nicht den Nachnamen, der von der Post kommt, der hat mit Finder nie was zu tun gehabt. Oder sein Vorgänger Topi Mana, der halt auch Manager bei einer Bank vorher war, bei der, also auch nichts mit Aviation zu tun hatte. Aber hier ist es halt wirklich jemand, der von Aviation first verstehen sollte, weil er das lebt. Also insofern positiv, aber Carsten Spau ist ja auch Pilot, also insofern muss nichts heißen. Ihr könnt ja unten rege kommentieren, was er davon haltet und was ihr davon denkt. Wir hatten heute schon das Thema Boeing. Wir haben jetzt das Thema Boeing nochmal und zwar die Triple Seven Strich Neuner. Und da müssen wir ehrlicherweise Butter bei der Fische tun und Emirates so ein bisschen glauben. Denn Emirates sagt, wir glauben nicht daran, dass die Boeing Triple Seven Niner so kommt, wie uns Boeing das versprochen hat. Und Emirates Airlines hat ja mehr Boeing Triple Seven bestellt als jeder andere. Und zwar haben die da 85 Stück, wie viele haben sie bestellt? Ne Quatsch, 55 haben sie bestellt und haben damit auf 205 Flugzeuge ausgebaut. So war es richtig. Ich weiß gar nicht, wie die auf 85 kamen. War glaube ich die erste Bestellung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das mit Pech die erste Triple Seven Neuner ins Jahr 2026 rutscht. Und Sir Timothy Clark, der wird da jetzt nicht wirklich das sagen, wenn er da nicht so belastbare Zahlen oder Antworten gehabt hätte. Und da ist es so, dass man natürlich bei einem Medientermin in London das gesagt hat, dass die Triple Seven Neun angesichts der neuen Baustellen bei Boeing jedenfalls nicht schneller ausgeliefert wird. Und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und man hat ja auch bei der Boeing die Produktion runtergefahren wieder, weil ja bei der Zulassung Probleme sind. Also insofern sind das mehr als Indikatoren, dass Emirates damit recht hat. Und auch Qatar hat natürlich das Problem. Lufthansa hat auch das Problem. Logischerweise, weil sie ja auch auf das Flugzeug händeringend warten. Was auch natürlich der Grund sein wird, dass man die 737 Maxer genommen hat, weil man dort einen günstigen Preis bekommen hat. Also insofern muss man da dann ehrlicherweise sagen, Kompensation war das. Ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich Pech ist, dass die Maschine so zu spät ausgeliefert wird. Vielleicht sollten sie länger an der Bude arbeiten. Lufthansa ist vielleicht auch froh, weil sie dann das Thema Allegris etwas besser bearbeiten können und dann auch alles bringen können für uns als Passagiere. Vielleicht erfreuen wir uns auch länger deshalb an der A83. Achtzig. Ein Grund vielleicht ist das auch, dass die Freunde von der Eurowings etwas mehr an den Nahen Osten fliegen, in den Nahen Osten fliegen, nicht nur nach Dubai, ich wollte schon sagen Persischer Golf. Aber die Freunde bei Eurowings machen aus der 320 alles, was möglich ist. Also sie pressen jeden Kilometer raus, den sie fliegen können. Und dadurch, dass man halt im kommenden Winter den Dubai-Verkehr ausbauen möchte, im Sommer muss man ja ein bisschen aussetzen, ist es so, dass man dort dann auch Flüge aufnehmen möchte. Jeddah. Nach Saudi-Arabien. Ja, man möchte mit dem A320 nach Jeddah fliegen, dreimal pro Woche. Ist eine der längsten Strecken, also eine zweitlängste Strecke. Und dann möchte man die Verbindung nach Dubai ja auch wieder aufnehmen. Spannend an der Geschichte finde ich halt wirklich, mit dem Narrowbody das Ganze zu machen. Daran sehen wir halt, wo die Reise hingeht, dass die Narrowbodies immer weiter fliegen. Ich hatte heute wieder einen Kunden, für den haben wir London, London, Wien, Amman gebucht. Und er hat natürlich ein bisschen gemosert, aber es gab 480 Meilen. Also Punkte heißt das ja jetzt. Weil Luft hat so ein Viertel vom Senator fast. Und der hatte dann natürlich gesagt, naja, das ist ein Narrowbody. Aber zumindest konnten wir ihn glücklich machen. Leider Aufenthalt fünf Tage oder Nacht von Samstag auf Sonntag. War nicht ganz einfach, da Verfügbarkeiten zu finden. Auf jeden Fall ist es so, dass man da Abflugorte ab Deutschland, Berlin und Köln-Bonn macht. Die zweitgrößte Stadt Saudi-Arabiens wird also wirklich dreimal pro Woche von beiden Städten angeflogen. Also dann sind es echte sechs Flüge. Also spannend, oder? Könnt ihr schreiben, ob Jeddah für euch ein Ziel wird. Ich persönlich finde Saudi-Arabien immer wieder spannend und spektakulär. Ja, natürlich mit gewissen Vorsicht immer wieder zu genießen. Wir wissen ja selber, was in Qatar passiert ist. Hatten wir ja auch an dieser Stelle schon berichtet. Wo wir auch von berichtet hatten, war British Airways. Es ist ja nicht so, dass British Airways nicht gehackt worden wäre. Es ist ja nicht so, dass die British Airways die Sitze mal besser waren oder mal weiter besser performt haben. Und British Airways hat gesagt, ja, wir wollen beides jetzt in Angriff nehmen. Und zwar, lass uns einfach mal gucken, was sie da machen. Und zwar, das Ganze wird ausgerollt in den nächsten 18 bis 24 Monaten. Wenn wir Glück haben, werden die IT-Sachen sogar bis Ende des Jahres ausgerollt. Erster Punkt ist zum Beispiel, dass man dort digitale Upgrades durchführt. Also das heißt, dass die Apps, aber auch der Webbrowser, die Version, dass die dort mehr Personalisierung haben, aber auch für die Passagiere werden sie sich mehr Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel selber umzubuchen. Man testet das gerade im Beta, also kommt vielleicht Ende des Jahres, aber abwarten, wie die Betas werden. Dann möchte man on board, dass man ab 3. April, dass die Executive Club Mitglieder kostenloses Internet bekommen. Also Internet ist jetzt zu viel gesagt, es sind Messenger-Dienstleistungen, die sie nutzen können. Nur so als Hinweis. Es ist halt so im Prinzip alles, was so WhatsApp und iMessage ist. Ich habe aber festgestellt, was bei vielen trotzdem dann so Facebook läuft, aber es ist dann halt sehr, sehr langsam. Aber es ist ja besser als gar nichts, oder? Dann weiter, Customer Service, dass man dort von Microsoft eine In-Flight-Lösung hat, die man benutzen möchte. Und diese ist halt einfach so, dass man die Probleme, die man als Passagier hat, wirklich in Echtzeit lösen kann. Das finde ich phänomenal. Heißt also, dass man dort mit künstlicher Intelligenz und auch mit Machine Learning, also mit Machine Lernen, dort dann die Kunden wesentlich besser abarbeiten möchte. Also auch ein Vorteil für uns. Dann neue Lounges. Das finde ich natürlich auch gut. In Dubai soll ein neues Design-Konzept kommen. Aber auch alte Lounges sollen wieder refreshed werden. Dann möchte man wirklich in diese ganze Geschichte, hatte ich ganz vergessen, in diese AI, möchte man 100 Millionen Pfund investieren und 350 neue Stellen kreieren. Also das heißt, da wird mit Druck dran gearbeitet. Das nur so an der Einerstriche. Aber neue Lounges, dass ich das nicht vergesse, sind auch geplant für Lagos, Seattle, Heathrow und für Edinburgh. Heißt also, da wird es dann also nicht nur ein Refreshing, sondern auch neue Lounges. Da bin ich mal gespannt. Oder halt auch nur ein Refresh geben. Also da muss man halt wirklich schauen, was da passiert. Dann gibt es eine Kabinen-Upgrade und ein Sitzplatz-Upgrade in der Kurzstreckenflotte auf den 320ern, 321ern näher. Da soll es so sein, dass es dann, wenn sie sagen, Enhanced Binspace, heißt also die Bins werden vergrößert. Leider gehen die XLer Bins nicht. Ich hatte jetzt letztens einen Flug mit Lufthansa, mit einer Neo. Das war geil. Du konntest halt den Koffer quer reinstellen. Und es ging so viel Koffer rein. Da war so viel Platz. Da gab es gar keinen Stress mit Handgepäck. Da passen allerdings nur die Ler rein. Aber auch das ist schon eine große Verbesserung. Ich meine, es sind 40 Prozent oder so was, die da mehr reinpassen. Dann soll auch noch das Netzwerk erweitert werden. Man möchte andere Strecken anfliegen. Heißt also Bangkok, Kuala Lumpur. Aber man möchte dann auch wieder Abu Dhabi, Agadeh und Izmir anfliegen. Das sind natürlich dann Ziele, die auch durchaus spannend sind. Schade nur, dass man dafür erst nach London müsste und dann wieder zurückfliegen. Aber ich finde das toll. Zumal Abu Dhabi ja auch von der Lufthansa mal angeflogen worden ist, über Dubai und dann weiter nach Abu Dhabi. Die fliegen direkt ein. Also da auch ein interessantes Ziel. Wann haben wir noch was? Man möchte die Nachhaltigkeit bis 2025 verbessern. Ist ja auch immer ein Riesenthema in der Aviation, also mit Sustainable Aviation Fuel. Und man hat sich da auch mit Herstellern zusammengeschlossen. Und jetzt kommt's. Es gibt bis zum 30. Juni doppelte Punkte, wer die Holiday Packages kauft. Also das heißt doppelte Avios. Das ist alles per Presse Release rausgekommen. Also haben wir alles abgearbeitet für euch. 20 Minuten sind auch wieder voll geworden. Ich danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hoffe, dass ihr zahlreich kommentiert. Frage des Tages habe ich heute gar nicht in der Sendung großartig gemacht. Aber ich überlasse euch das beantworten. Und ihr könnt ja unten einfach rege kommentieren. Und ich nehme dann gerne Bezug darauf. Und danke und abspannen. Also bis dann. Danke. Ciao. Ciao.